So, da sind wir wieder hier bei Let's Play Doys Extreme Revolution. Okay. Oh mein Gott, ihr seid alarmiert, welche Überraschung. Okay, hier entlang. Okay, weiter hier. Okay, Sicherheits-Safe. Hm. Irgendwas geht hier vor. Aufpassen. Ja, doch. Guck weg. Dann nochmal guck weg. Guck weg. Komm schon. Guck weg. Danke. Was ist das? Okay, passt. So, wieder ausrüsten und... Okay, warte mal. Ja. Warte. Hier. Achso, ja. Okay. Dann ist alles okay. Hab schon gedacht, ich würde falsch entlang hin, aber ich hab meine Uhr vergessen haben zu machen. Geil, ne? Ich glaube, ich bin gerade falsch gefahren. Hm. Weiter bitte noch. Ja, ich bin falsch gefahren. Guck mal hoch. Weil's so schön war. Naja. Naja, Fehler passieren. Da kann man nichts dran ändern. Wie ich immer so schön zu sagen pflege. Hinnehmen. Einfach nur hinnehmen. Ja, wir sind ja gleich da. Ja, wir sind ja gleich da. Ja. Ja, du komm. Danke schön. Frame Drop. So, wir sind wieder da. Und nehmen jetzt diesen Aufzug. Ja, wer konnte denn das ahnen? Ich wollte nur noch aus dem Raum weg. Ja, gleich. Alles klar. Oh fuck, ich habe da schon wieder sich was ausklappen gesehen. Finde ich nicht cool. Die beiden muss ich erst zerstören. Okay. Ich habe noch eine Granate. Musik erst mal. Das war schlecht. Das war schlecht. Okay, der geht schon mal hoch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheit. Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, den zweiten auszuschalten. Und dazu muss ich nach links. Ja, das muss ich mir noch überlegen. Aber ich denke mal, das tue ich. So, okay. Hier bin ich ja vollkommen falsch, merke ich gerade. Ich bin ja vollkommen klar. Ach man, ich muss ja hier runter. Okay, was haben wir hier? Sturmgewehr Munition. Zum Verkauf gedacht. Hä, wie komme ich denn jetzt? Ach, da hinten. Muss einem auch erstmal jemand sagen. Okay. Alles klar, was haben wir hier? Ja genau, die brauche ich. Hm, hier hin. So, hier ein Save. Nicht, dass ich die falsch schmeiß. Sonst kann ich das nochmal von vorne machen. Na, der muss aufgehen. Na, der geht nicht. Geht doch. E-Book. Gelehrter. Sehr nice. Was haben wir hier? Stufe 2. Oh, komplex. Da hinten rechts. Okay. 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 So, kaum noch. Naja, das fehlt. Da bringe ich mir gar keine Sorgen. Na egal. Okay. Und nun? Dorthin. Na, ist doch gut. Hopf. Und ein Praxispunkt. Okay, wieder runter. Und wir können uns abholen lassen. Okay. Natürlich. Ich erkläre es Ihnen unterwegs. Das will ich auch hoffen. Okay. Fliegen wir. Okay. jar, Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, geil gemacht. Wirklich sehr geil gemacht. Sind Sie sicher? Immerhin infiltrieren Sie keinen mickrigen Kabelsender. Sau hat eine Eliza erwähnt und einen Telefonanruf bei Pykes. Eliza Kassan muss in diese Sache verwickelt sein. Ich weiß nicht, die berühmtesten Nachrichtenmoderatorin der Welt arbeitet mit einem mordenden Söldnerkommando zusammen? Über die Details reden wir später. Setzen Sie mich auf dem Turm ab. Ich steige über das Dach ein. Okay, Montreal also. Äh. Jetzt. Äh. Noch nicht. Okay, mach mal. Jensen, hier ist Pritchard. Malik sagt, Sie wollen die Position von Eliza Kassan. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Genau die möchte ich. Ich konnte die Firewall problemlos umgehen und habe jetzt ein 3D-Modell vom Grundriss. Okay. Ihr Büro ist im Turm. Zimmer 404. Bin unterwegs. Alles klar. Jetzt aber ein Save. Stufe 4. What the? Oh, da liegt was. Ach komm, investieren wir. Wo ist es? Denn, warte mal. Das. Hack-Analyse. Sollen wir die Informationen? Nee. Erweiterung. Senkt die Gefahr der Entdeckung um. Ja, das. Okay, hacken wir das Teil? Okay. Zugriff gewählt. So, okay. Passt. Leads. Okay. Wird ja immer geiler, ey. Zeitung. Credits. Cyberboost. Munitionskapazitäts. Irgendwas. Wird mal fallen lassen. So, okay. Das benutzen wir natürlich gleich. Natürlich mit unserem Sniper. Und nehmen die wieder. Das möchte ich nicht. Okay. Gehen wir weiter. Was gibt's hier denn? Anscheinend nichts Interessantes. Okay. Schon mal ein gutes Stück weiter gerade gekommen. Ich seh' gerade keine Kamera hier. Alles leer hier. Credits. Und noch mal Credits. Nichts. 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 Naja, umso besser für mich. Keiner da. Ist nicht gut. Ein Türcode. Coole Sache. Zeitung. Credits. Nein, nehmen wir die mal mit. Ausnahmsweise. Jensen, da stimmt was nicht. Pikes ist ein globales Nachrichtennetzwerk, das rund um die Uhr sendet. Warum geht bei denen niemand ans Telefon? Ich melde mich hier. Das ist hier die Frage. Oh, hier gibt's ja allerhand zu erbeuten, Junge. Schon geil gemacht. Muss ich ja schon sagen. Ich find's geil, das Game. Credits. So, gleich auf den. Zugriff gewährt. Und wir haben's. So. Noch eine. Okay. Nichts für mich. Außer Credits natürlich. Die sind immer gut. Hier. Schublade. Da haben wir nichts. Der Rechner hier. So. Ich wäre dafür, dass wir jetzt in Richtung Ziel wieder gehen. Missionsziel ganz genauer zu präzisieren. War ich an dem schon? Bestimmt. Prüfen Sie die Notfallaktivierungslogs, Richard. Hier ist eine verriegelte Feuertür, die vermutlich offen sein sollte. Alle Feuertüren des Gebäudes sind verriegelt. Aber der Weg zu Zimmer 404 müsste frei sein. Okay. Wartet mal. Ich muss mal hier kurz was gucken. Wegen dem Upgrade. Ähm... Gewährt eine zusätzliche... Gewährt eine zusätzliche... Gewährt eine zusätzliche... Hier geht's wohl denn... Anscheinend weiter. Aber ich... Gebe hier erstmal ein Save ab. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei... Let's Play Doys X Human Revolution. Bis dann. Drag D Drag Vielen Dank.